Hallo zusammen, ich bin wieder heute Lounge, ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenschmiede, hier aus Cerro Mortis und da habe ich euch einmal hier den schicken Frosch mitgebracht. Der schimpft sich Hüpferprototyp und ja, als erstes würde ich mal sagen, schauen wir uns den mal einen Ticken genauer an. Ich habe euch ja schon das ein oder andere Froschmount hier gezeigt, das ist jetzt hier ein bisschen in Dunkelgrau und so Rostrot gehalten und dieses Mount können wir wie gesagt auch aus der Protosynthesenschmiede einmal herstellen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das erstes mal das Mount Special an und da seht ihr schon wie bei den anderen Froschmounts fliegt so eine kleine Fliege außen rum und der Frosch ist am Beobachten, zack, da hat er es geschnappt und wegschnabuliert. Gut, so jetzt haben wir das Mount Special gesehen, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal an, wie wir uns das Mount bauen können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte, wir sind auf den Koordinaten 70, 28, da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Forquest bewältigt habt. Diese Forquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Hult des Pilgers und hier bei der Schatzkiste seht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tully abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tully. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben. Wir kriegen schon mal ein paar Matts fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostigern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Bauplan Hüpfer-Prototyp und der ist relativ weit oben. Wir sind nämlich jetzt hier ganz, ganz weit oben auf dem Berg bei den Koordinaten 66 und 69. Das Ding ist normalerweise in einem Schatz drin. Diesen Schatz habe ich schon aufgemacht, bevor ich dementsprechend hier diese Synthesenschmiede freigeschalten habe. Und wenn ihr das auch gemacht habt, dann liegt er einfach hier oben auf dem Berg drauf. Wenn ihr den Schatz noch nicht geholt habt und nicht genau wisst, wie ihr hier hochkommt, Ich bin jetzt einmal mit dem Venture-Portal, habe ich mich über 5-6 Mal hier hochgeportet, also einfach von hier unten hier hochgeportet. Ich werde euch jetzt aber auch nochmal die Geschichte reinschneiden, wie ich hier hochgekommen bin, wo ich das erste Mal die Kiste aufgemacht habe. Und das war einfach über eine World Quest, wo man so einen Frosch hüpfen hat. Sobald wir uns dann den Plan besorgt haben, brauchen wir noch ein paar Materialien. Und zwar brauchen wir für den Hüpfer-Prototyp einmal ein paar Genesis-Partikel, und zwar insgesamt 350 Stück. Dann brauchen wir ein Werkzeug unbegreiflicher Experimente und dann noch ein Bufu-Need-Gitter. Und sobald wir das zusammen haben, können wir das Mount bauen. Wo wir die herbekommen, das will ich euch jetzt mal zeigen. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Denn diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlinger-Mobs. Diese Verschlinger-Mobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis-Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach rein queuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind zwei 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie dann alle antacken. Ich kann euch noch ein, zwei Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens drei Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pulle jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sage mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFKt, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann erhaltet es, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das Erste bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mitskillen. Hier das Letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das Erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das Letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also Toxitonisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir zum Bophonidengitter. Das kriegen wir von allen möglichen Fröschen hier in Cerro Mortis. Und zwar sind wir jetzt immer noch hier auf den Kontinaten 51, 73. Und hier diese kompletten Frösche droppen das. Beziehungsweise hier oben beim Mausoleum könnt ihr diese Frösche auch töten. Die können das dementsprechend auch droppen. Dann kommen wir zum Werkzeug der unbegreiflichen Experimente. Dieses können wir aus einem Raid-Boss rauslooten. Und zwar schimpft sich der Liowim. Dann müsst ihr ein bisschen weiter hier in die neue Raid-Instanz rein. Und zwar das Mausoleum der Ersten. Und dann haben wir hier Liowim, der oberste Architekt. Der droppt dieses Item zu etwa einer 5%igen Drop-Chance. Ihr könnt es sowohl im LFR, Normal HC und im Mythisch-Modus looten. Ihr könnt das Ganze auch, wenn ihr die Schmiede mit einem Twink auch aufgebaut habt, mit einem Twink zusätzlich noch farmen, um dementsprechend eure Chance zu erhöhen. Wie gesagt, 5% Drop-Chance ist jetzt nicht sonderlich hoch. Ich habe das tatsächlich mit einigen Twinks so gemacht, dass ich die Schmiede hier aufgebaut habe und dementsprechend mit denen LFR gelaufen bin. Da muss man nur dann insgesamt drei LFR-Bosse kurz machen und hat dann jeweils immer eine Chance quasi hier auf das Werkzeug. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Matts besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur einen Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Matts farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tala, bis zum nächsten Mal. Ciao.